Doch, doch, du gehst da hoch. So. Jetzt will sie mich ärgern. Jetzt will sie mich einfach nur noch ärgern. Also, dann sind wir hier in Griechenland, habe ich das richtig verstanden? So. Da ist das hefheißte Tor. Da muss ich mich einfach nur durchmanövrieren. Ups. Hier lässt... Was? Normalerweise hangeln sie sich da doch ran. Seht ihr, wenn ich hier runterlaufe, hängen sie sich dran. Ach, das macht Spaß. Das macht gerade richtig Spaß. Stimmt ja. Geht nicht. Da ran. Da rüber. Hier hoch. Jetzt nochmal. Oder komme ich vielleicht auch irgendwie an das Atlas-Tor ran? Da ist auch so wie eine Treppe. So. Jetzt da hoch. Weiter klettern, rüber springen. Hier rein. Da ran. Dann da ran springen. Runter. Halten. Und da rein. Genau. Und hier? Ja. Ja. Warum ging das vorhin nicht? Drauf und rein. Sieht schon wieder so aus, als ob ich hier nicht durchkomme. Ganz toll. Konnte ich bei Poseidon auch klettern? Hätte ich da drinbleiben können? War ich nur wieder zu doof? hochkomme ich nicht. Oh, komm. Oh, komm. Jetzt wollt ihr mich doch ärgern. Wie soll ich denn da? Ah, so, okay. Was funkt hier die ganze Zeit so? Runter. Weitere Hebe. Okay, ganz toll. Ach so, ah, damit ich mich dann wieder dran festhalten kann. Du summst hier so. Ach, du Schiete. Also die, die hochgehen, setzt er dann immer unter Strom. Uah, verdammt. Ähm. Ja, toll. Bringt mir das was? Nein, es bringt mir nichts. Ach, die muss ich eintreten? Die, die so ein bisschen rausstehen, muss ich eintreten. Verdammt. Jetzt. Komm. 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 Jetzt. Hefeistus? Nicht lustig. Okay. Nichts mit draufstellen. Genau, die Dinger muss ich offenbar sammeln. Ach, du... Ups. Hahaha. Oh, ist das wies. Ach, ah, das kann ich... Das kann ich schieben. Dann schiebe ich doch dich mal ganz frech da drauf. Kann ich nicht? Doch. 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 Die ich mir nicht mal nehmen kann. Doch. Muss ich euch hier irgendwo draufstellen? Auf die Dinger hier. Ach, da sind so eine Löcher. Müsst ihr da rein? Ja. Sieht gut aus. Eine fehlt mir noch. Da oben. Wie komme ich da ran? Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Nö, da hält sie sich aus irgendwelchen Gründen nicht dran fest. Kann ich dich da wieder rausholen? Nee. Einmal drin ist drin. Nee, den kann ich auch nicht hochhüpfen. Ja, wie soll ich da jetzt draufkommen? Auf dich falle ich nicht nochmal rein. Warum kann ich auf die draufklettern? Das wirkt so, als könnte ich da hoch. Aber kann ich dann nicht? Okay, ich dachte vielleicht, wenn ich ihn runterhole, dass ich dann draufspringen kann. Aber ich muss offenbar länger draufstehen bleiben, dass es... Ah! Verdammt. Aber der Gedanke war richtig. Nimm mit. Kann ich nicht. Dieses Medipack da oben hole ich mir dann auch nochmal. Oder die Munde, was auch immer das ist. Ah, ich muss sie nicht mal auf den Hammer stellen. Na, danke. Danke. Nee, da komme ich dann trotzdem nicht hoch. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Okay, dann ziehe ich dich halt rückwärts. So. Was jetzt? Muss ich euch so in die Blickrichtung stellen? Ja. 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 Diesmal wäre ich sogar noch drauf hingewiesen. Ich probiere das nochmal. Jetzt. So. Nimm mit. Nimm mit. Schlüssel von Nefaistos. Ach, ich dachte gerade Spiel hängt. Ich bin sehr verleitet, wieder auf gut Glück durchzulaufen. Ja, genau deswegen. Ich verstehe nicht so recht. So. So, jetzt springe ich hier ran. Es geht hoch. Und ich kann hier nicht ran. Wollt ihr mich jetzt eigentlich völlig veräppeln? Da muss ich warten, bis es runter geht und dann ranspringen. Yes. So. So. Schlüssel Nummer eins haben wir. Wärtsicherheitszimmer mal kurz speichern. Ja. Griechenland. Gut. Jetzt bin ich mir 100% sicher. So. Das war Hephaistos. Jetzt ist Atlas dran, würde ich sagen. Okay. Okay. Ich habe richtig Angst, was passiert, wenn ich jetzt loslasse. Sie hält sich fest, Gott sei Dank. So. Jetzt gehe ich mal nach ganz oben. Würde ich jedenfalls gerne. Ach, hier. Hoch. So, aber ich glaube, auf den Weg komme ich zu Atlas. Wir probieren es mal. So. Ja. Und hoch. Jetzt vorsichtig. Und rein ins Tor. So, was wartet hier für eine Falle auf mich, wenn ich jetzt hier ziehe? Gar keine. Da reicht es dann, wenn ich einfach da hoch springe. Okay. Gut, jetzt habe ich das System verstanden. So. Ja, warum hältst du dich denn da nicht fest? Also, Lara, manchmal weiß ich auch nicht, was ich mit dir machen soll. Ich habe Angst. Hier kann ich dran drehen. Aha. Da kommt ja sogar was. Mensch. Da ist was zum Schießen. Atlas hält die Welt. Was ist, wenn ich hier hochkletter? Erst mal gucken. Hier liegt was. Und da sind Hebel. Aha. Okay. Und da ist es. Okay. Ah! Äh! Oh! 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 Ich ahne, Böses. Der lässt doch jetzt safe die Kugel fallen. Ja! Was auch sonst. Okay. Okay, ne, ich muss wirklich, ich muss wirklich vor der Kugel wegrennen. Ich dachte, ich könnte sie austricksen. Oh, die Kugel ist viel zu schnell. Ja, sie ist viel zu schnell. Wie soll ich denn das schaffen? Die ist doch viel zu schnell für mich. Oder muss ich da hoch? Ne, da bin ich hoch zu langsam. Warum ist das jetzt plötzlich so dunkel? Ach, das ist mein Laptop. Ich mach das mal von so weit weg wie möglich. Ja! Take that! Komm ich jetzt hier rauf? Nö, komm hier mal noch nicht rauf. Nee, will irgendwie nicht. Wie soll ich denn da sonst rankommen? Achso, hier an der Ecke. Okay. Was machst du? Achso. Okay, gut. Nein. Weiß ich Bescheid. Atlas, ich sag dir dasselbe wie Hephaistus. Nicht lustig. Kann ich nicht mitnehmen? Schlüssel von Atlas. Wir haben zwei von vier, Leute. Halbzeit. Noch war in keinem der Tore irgendein Tier. Ich dachte, es geht gar nicht mehr runter. Okay. Dann halt so. Was ist so. Also. Okay. Ich hab's mir total. Also.